Platz mit 4 zu 2 Toren und 5 Punkten gegen Nessein-Bracht-Seeberg. So, Spohrplatz mit 6 zu 3 Toren und 6 Punkten, Herzen Glückwunsch, ist Frau Hütte und Spohr 1. Lohrland bleibt nur eine Mannschaft mit 5 Millionen 20 Begrunsch, zum Allkreismeister, CDU 2018, 2019, mit 6 zu 3 Toren, Achtung, Nessein-Bracht-Seeberg. Und 2! Applaus Das war der Weg. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Feuer! Feuer! Ja! Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ja! Das fällt auch durch jetzt schon. Jawoll! 30! Da darf man keinen Angriff mehr zulassen. Vorbleib, vorbleib! Jawoll! Reicht! Und spielen! Jawoll! Und festmachen! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.